Hallöchen und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge in der Hölle von Life in the Woods. Ah, Mann. Eins, zwei, drei, zack, zack. So. So. Erste Wand steht. Was ist das? Ah, Dieterz? Äh. Was? Ah, Dieterz. Keine Ahnung, was das war. Keine Ahnung. Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, du heilige! Habe ich zufälligerweise Glas hier? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tut mir leid, aber das will ich unbedingt machen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Mann! Mann! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich mache übrigens einen Doppelglasboden. Nur zur Sicherheit. Ja, kann man so lassen. So, jetzt geht es nochmal weiter. So. 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 Nein, was mache ich da? So. 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 Ah! Äh yeah, äh ja 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 ja, ja 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 Äh ja 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 So, da haben wir das Portal. 2, 3, hier kommt da die Wand. Hier mache ich übrigens auch zur Sicherheit einen Doppelboden. Factorio. Habe ich Bock irgendwie, also habe ich gerade irgendwie Bock um das zu trainen, aber ich weiß nicht. Das ist so eines der Spiele, die schwer zu explain sind. Das sind mehr so die Stream-Spiele und ich habe das ja mit den Streams probiert, aber das ist nicht so meins. Ist nicht so mein Fall irgendwie. Irgendwie. Keine Ahnung. Lass ich nur zwei Platz oder mache ich drei Platz? Ich lasse nur zwei Platz. Ich lasse nur zwei Platz. Das mit dem Glasboden finde ich echt krass. Also krass im Sinne von nicht von hier geil, sondern ich denke jedes Mal, dass ich da runterfalle. so dann wollen wir mal 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und eine Werkbank. So. Eine Tür dahin, eine Tür dahin. So. Das hier gefällt mir nicht, denn das muss ja versteckt sein. Eckstein, Eckstein. So. 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 So, Portalhaus fertig. Und jetzt hoffen, hoffen, dass das jetzt nicht umsonst war. Lalalala. Oh. Schon ein geiler Ausblick. Da hätte ich aber schon gerne... Sorry, hier muss es ein bisschen extravaganter sein. Vor allem extravaganter. Ah, hier, schön. So. Ja, dann wollen wir mal, ne? Tschüss. Eieieieieieiei. Bitte, 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 bitte. Nicht unten in der Höhle. Bitte nicht unten in der Höhle. Wir sind auf jeden Fall... Hallo? Ah. Schon wieder im Meer. Chaos durchzogener Stein. Aluminium. Hier haben wir auf jeden Fall scheinbar eine bessere Höhle gefunden. Wow. Kann man eigentlich... Oh, das war falsch. Äh... Auf Ebene 22 sind wir. Äh, 32. Das ist ja doch schon recht tief. Da haben wir es ja. Na toll. Okay, so gut. Okay, das war auch echt. So gut! Ja, du bist. Das machte mich zu, was ich gar nicht mehr in IMO nicht mehr auf 140 Grad. Hallo? Oh. Ich will mal kurz gucken, wie es da oben aussieht. Hm. Das ist aber echt blöd. Okay. 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 Das ist doch echt blöd. Was man machen könnte, einen Turm bauen. Äh. 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 Ja. Ich sammle jetzt mal nix. Ich sammle jetzt mal nix. Uh. Das Silber leuchtet. Tja. Auf jeden Fall haben wir eine sehr schöne unterirdische Mine gefunden. Äh. Mine sei schon. Höhle. Ich will jetzt auch mal was versuchen. detal会 favorsous. Äh. Ssh! Wow. Wo ist das? Ein Hut, okay. Dann, 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 dann. Hmm. Meine Güte. Hier, hier, also hier in dieser Richtung haben wir, also, ja, in dieser Richtung haben wir ja nur Pech. Schade eigentlich. Wir müssen mal in die andere Richtung. Hmm. Vielleicht mal echt mal, äh, in die andere Richtung versuchen. Aber erstmal haben wir ja eine Höhle. Das, äh, ist jetzt erstmal die Hauptsache. So. Auf nach Hause. Hallo zu Hause. Ach, es ist schön hier. Ah. Die Heimat. Die Heimat. Ah, okay. Mit schöner Musik. Hat nur lange gedauert, bis man die gehört hat. Ah, schön. So, jetzt werden wir erstmal sortieren. Was hier natürlich ein bisschen schwierig wird, weil... Wie komisches neues Zeug gefunden. Wir müssen das, wir müssen hier mal, deswegen mal ein bisschen vergrößern. Und dann würde ich das dann auch gerne mit, ähm... Geht mal. Das ist echt immer, ja. Ja. Close, don't stop. Mhm, 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 mhm. Ja, ja, das Sortieren, das wird jetzt erstmal ordentlich Zeit in Anspruch nehmen. Aber naja, das gehört nochmal dazu. Aber wisst ihr was? Das machen wir erst in der nächsten Folge. Denn wir sind ja schon bei 32 Minuten. Also, tschüss.